244 Rehe fielen 2014 dem Straßenverkehr in Friesland zum Opfer. Alleine an der Kreisstraße 332 in Adernhausen wurden im vergangenen Jahr neun Wildunfälle registriert, in diesem Jahr bisher drei. Grund genug für die Kreisjägerschaft zusammen mit dem Landkreis Friesland der Polizei und der Stadt Schortens am Dienstag das erste von 50 knallorangen Dreibein mit der Aufschrift Achtung Wildunfall an diesem Unfallschwerpunkt aufzustellen. Die Dreibeine aus Holz sollen Autofahrer an Kreis- und Landesstraßen auf die Gefahren des Wildwechsels aufmerksam machen. Nach einigen Wochen werden sie dann wieder abgebaut. Damit soll verhindert werden, dass sich die Autofahrer an die Dreibeine an einer bestimmten Stelle gewöhnen. Neben der Adernhauser Straße soll auch im Wangerland in der Nähe des Windparks Bassens und die Strecke Grabstede Richtung Bockhonner Feld mit Dreibeinen ausgestattet werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017